Dann wäre es affig und beim Affen werden die Hände so zusammengenommen, also der Affe, als würde man einen Pfirsich, die Chineser sagen größte Pfirsiche, also das heißt bei dem Pfirsich halt, der ist vorne, also ich habe die Arme hier so zusammen, das ist, man fühlt sich leicht beengbar, also wir drücken uns ein bisschen rund gemacht und als würde ich sagen, guck, seht ihr jetzt heute, ich habe einen tollen Pfirsich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020